Hallo und willkommen bei WatchMax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute gibt es ein Video nur indirekt zu Uhren, denn es ist wieder Quiz-Time. Das heißt, du gehörst zu den ganz wenigen, die sich meine Quiz-Videos angucken und ganz offensichtlich Spaß daran haben. Für die, die zum ersten Mal in mein Quiz-Video reinklicken, ganz kurz die Regeln. Es kommen fünf Fragen. Bei den ersten vier gibt es zwei Punkte pro Frage. Wenn ihr sie innerhalb der zehn Sekunden löst, die die Frage läuft, wenn ihr stoppt und googelt oder nachschlagt oder länger nachdenkt, gibt es nur einen Punkt. Die fünfte Frage ist eine sehr schwierige Frage im Allgemeinen. Wenn ihr überlagert euch zwei Uhren, da gibt es zwei Punkte pro Uhr, also vier insgesamt, beziehungsweise einen Punkt pro Uhr, zwei insgesamt, wenn ihr stoppt, googelt, vergleicht, länger nachdenken wollt. Ja, das ist die Regeln. Schreibt mir bitte gerne unten in die Kommentare, welche Frage euch super gefallen hat, welche nicht, wie viele Punkte ihr hattet. Und noch viel wichtiger, wenn ihr meinen Kanal mögt und mich unterstützen möchtet, ein Like ist super, ein Kommentar ist noch besser und ein Abo feiere ich ohne Ende. Und jetzt geht's direkt zur ersten Frage. Wacheron Constantin hält einen Weltrekord. Welcher ist das? A. Ist es das leichteste Uhrwerk der Welt? Oder ist es B. Das flachste Uhrwerk der Welt? Oder ist Wacheron Constantin die älteste eingetragene Uhrenmarke? Oder hat Wacheron Constantin die längste durchgehende Uhrenproduktion der Welt? Oder aber die meisten selbst entwickelten Werke? Zehn Sekunden, ab jetzt. Ja, das war, glaube ich, für die, die es wissen, nicht so schwer, weil zwei, drei Sachen konnte man, glaube ich, ganz gut ausschließen, wenn man das weiß. In der Tat ist Wacheron Constantin die Uhrenmarke der Uhrenhersteller mit der längsten durchgehenden Uhrenproduktion der Welt. Wacheron Constantin hat die Uhrenproduktion 1755 aufgenommen und hier gilt als Start der Firma Wacheron Constantin der Moment, als Jean-Marc Wacheron den ersten Lehrling eingestellt hat. Das gilt allgemein als Beginn der Firma und seitdem produziert Wacheron Constantin durchgehend Uhren. L'Angine ist die Firma mit der ältesten eingetragenen Marke, was heißt, Wacheron Constantin hat seine Marke später eintragen lassen, aber früher angefangen, Uhren zu produzieren. Das war hier, glaube ich, ein etwas schwieriger Punkt, ein kleines bisschen fehlleitender Punkt, wo ich euch ein bisschen aufs Glatteis führen wollte. Das ist also die Unterscheidung zwischen L'Angine mit der ältesten Marke und Wacheron Constantin mit der längsten Produktion. Habt ihr es gewusst? Kurzer Kommentar. Schauen wir uns doch einfach die zweite Frage an. In den 70er Jahren gab es eine Besonderheit bei Uhren und zwar gab es eine digitale Zeitanzeige, die aber in mechanischen Uhren eingebaut war. Wie wurde sie umgesetzt? Wie heißt das Stichwort zu diesen Uhren? Zehn Sekunden, ab jetzt. Ja, das ist die Scheibenuhr gewesen. Ich blende euch hier ein paar Bilder ein. Die Zahlen wurden nicht in Form von Ziffern analog angezeigt, sondern digital in Form von Ziffern, die auf Scheiben rotierten und so die Zeit anzeigten. Ich weiß noch genau, mein Vater hatte eine solche Uhr und er war so mega stolz. Das war der absolute Hype. Diese Uhren waren relativ hoch, weil man halt mehrere Scheiben übereinander platzieren musste mit entsprechendem Antrieb. Aber die waren ein absoluter Hype und ich weiß, im gesamten Freundeskreis wollten alle die Uhr sehen. Das war ein ganz, ganz heißes Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Uhren auch heute noch hochinteressant. Aber leider sind sie oft nicht wasserdicht oder vintage. Beides ist nicht ganz mein Beuteschema, insofern fallen die weitestgehend für mich raus. Aber ich finde es einfach klasse, dass man solche Perlen heute immer noch tragen und kaufen kann. Die Scheibenuhr, eine digitale Zeitanzeige, die mechanisch umgesetzt ist. Ab zur dritten Frage. Chronometer bzw. COSC-Zertifizierung kennt jeder, aber Chronometer waren nicht in allererster Linie bzw. vom Ursprung her Armbanduhren, sondern sie wurden in einem anderen Bereich großflächig und auch professionell eingesetzt. Wo war das? Eine ganz kurze Erläuterung würde mir hier reichen. Zehn Sekunden, ab jetzt. Die Antwort ist auf Schiffen. Auf Schiffen wurden die sogenannten Schiffskronometer eingesetzt, die extrem genau gehen mussten, weil die Uhrzeit in Verbindung mit einem Sextanten und der Messung der Gestirne, Sonne, Mond, Sterne notwendig war, um den Kurs zu bestimmen. Und je genauer die Uhr war, umso geringer war die Kursabweichung und umso genauer traf man sein Ziel, insbesondere wenn man lange Strecken übers Meer fahren musste. Die Schiffskronometer waren in der Regel derart gelagert, dass sie in zwei Achsen schwingen konnten, um die Meeresschwingungen auszugleichen, damit das Werk keine lagebedingten Abweichungen hatte bzw. durch den Wellengang zu stark belastet wurde. Zum genauen Ablesen konnte man unten rechts mit einem Knopf diese Mechanismus ausschalten, sodass die Uhr still stand und man genau navigieren konnte. Danach wurde die Uhr wieder freigegeben, sodass sie sich bewegen konnte und die Schwingungen ausgleichen konnte. Der Schiffskronometer, das ist eines der zentralen professionellen Einsatzfelder gewesen für Chronometer. Und jetzt kommt die vierte Frage. Was sind bei Armbanduhren versteckte Signaturen? A. Sind das die Uhrmachermarkierungen im Inneren des Deckels nach einer Durchsicht oder Revision? B. Markierungen im Inneren der Uhr nach der Qualitätskontrolle, um gegebenenfalls feststellen zu können, wer die Qualitätskontrolle durchgeführt hat? B. Markierungen an der Uhr, um Fälschungen zu erschweren? D. E. Elektronische Unterschriften auf digitalen oder elektronischen Garantiekarten? B. Markierungen inIC Oder ist die versteckte Signatur ein Branchenjargon für blanco, d.h. nicht unterschriebene Garantiekarten? 10 Sekunden, ab jetzt! in der tat sind versteckte signaturen merkmale hinweise besondere markierungen an der uhr um fälschungen zu erschweren bei den älteren omegas mit plexiglas weiß vielleicht so mancher von euch dass es das symbol omega auf der uhr gab und zwar in höhe der zeigerachse nur unter bestimmten blickwinkeln sichtbar auf die 6 uhr ausgerichtet auf die 6 uhr position ausgerichtet damit man wirklich erkennen konnte ist es das original glas beziehungsweise auch schon ein gewisser in den gewissen indiz dafür ist es die original uhr ich habe vor einiger zeit eine jean marcel accuracy vorgestellt die hat etwas ähnliches wenn man das glas an haucht ist auf der 12 uhr position plötzlich das jean marcel logo zu sehen und wenn dann der beschlag vom anhauchen verschwindet verschwindet auch das logo wieder es gibt aber auch noch andere marken die das machen und zwar zum beispiel wird das gemacht von breguet breguet es wird zum beispiel auch von breguet gemacht breguet hat bei sehr vielen uhren zwischen der 11 der 12 und der 1 kleine breguet punzen die nur zwei drei millimeter groß sind und auch nur unter bestimmten lichteinfällen sichtbar sind und das ist eine dieser art von versteckten signaturen die man wenn man flüchtig drüber schaut gar nicht sieht nur unter bestimmten lichteinfällen sieht und auch sehr schwer zu fälschen nachzumachen sind weil es eben ein relativ hoher fertigungsaufwand ist solche punz stempel herzustellen ein anderes beispiel ist quartier quartier hat bei der 7 einen schenkel des faust durch den quartier schriftzug ersetzt und wenn ihr schaut wie groß hier die vergrößerung ist könnt ihr euch vorstellen dass man es bei der armbanduhr normalerweise nicht sieht also versteckt und das ist auch eines der merkmale für eine original quartier wobei sich das mit einem ordentlichen ziffernblatt druck bestimmt auch realisieren lässt aber wenn ihr überlegt wie klein dieser schriftzug sein muss verteuert ist die fälschung natürlich weil man hier entsprechend genau und akkurat arbeiten muss ja das sind also die thema versteckte signaturen merkmale zur sicherheit beziehungsweise der reduzierung der fälschbarkeit weil es einfach den preis für fälschungen nach oben treibt weil sie schwerer zu machen sind wenn man diese entsprechenden merkmale umsetzt ja jetzt haben wir vier fragen geschafft und kommen zur fünften und die fünfte ist der watchmorph wo ich zwei uhren überlagert habe ihr habt ab jetzt 25 sekunden zeit und habt ihr es erkannt dass eine ich lasse es kurz laufen dann seht ihr es hier haben wir das überlagerte bild ihr seht die schriftzüge schon sin und limes die sin ist glaube ich die bekanntere von beiden es ist die 857 in der nicht utc version von sin am stahlband und die andere ist vielleicht eine etwas unbekanntere marke und zwar handelt es sich um die liemens endurance aus dem hause iklar ebenfalls eine taucheruhr mit hoher wasserdichtigkeit das heißt ebenfalls die sin ist ja gar keine taucheruhr ich fand nur dass die beiden uhren mit der lunette und gesamterscheinungsbild doch relativ ähnlich sind das waren die beiden uhren habt ihr es gewusst schreibt es gerne in die kommentare rein und jetzt schauen wir uns die beiden uhren nochmal ein kleines bisschen genauer an und vergleichen sie im detail ja die sin auf der linken seite kostet am stahlband 2250 euro ist tegmentiert das heißt ist gehärtet hat das selita sw 301 verbaut ein durchmesser von 43 mm 22 mm band anstoßbreite und ist bis 200 meter wasser dicht bei einem gewicht von 90 gramm und eine gesamte bauhöhe von 12 mm die limes ist aus der endurance reihe das habe ich eben erwähnt es handelt sich aus der endurance reihe um das modell leviathan es steht hier für stahlband kostet 1260 euro ist bis 300 meter wasserdicht ein durchmesser von 44,5 mm bei einer höhe von 13,2 mm verbaut ist das selita sw 200 strich 1 und eine uhr die ich persönlich optisch sehr ansprechend finde auch weil die zeiger relativ groß und breit sind damit sehr funktional gut ablesbar allerdings mit einer durchmesser von 44,5 mm für mich ganz bestimmt grenzwertig zu tragen weil sie wahrscheinlich einfach zu groß an meinem arm ist ja das waren die beiden uhren welche habt ihr erkannt ich vermute die sin haben einige erkannt ich glaube die limes war richtig schwer hier schreibt mir gerne in die kommentare ansonsten bleibt gesund erfreut euch an euren uhren und freut euch auf den nächsten videos da wird es vielleicht zukünftig noch die ein oder andere überraschung geben bis dahin tschüss euer axel